Hier ist Radio Taiwan International am Mikrofon U Tha Rindfleisch mit dem Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen mit einer Zutat kochen, die ich bisher hier in diesem Programm noch nicht verwendet hatte, nämlich Do Pi, Do Fu Haut. Was versteht man eigentlich darunter? Wenn man frische Sojabohnen eingeweicht und dann zu Sojamilch gerieben hat, wird diese zunächst gefiltert und dann zum Kochen gebracht. Dabei entsteht ähnlich wie beim Kochen von Milch auf der Oberfläche eine dünne, hautartige Schicht. Diese wird vorsichtig abgenommen und zum Trocknen aufgehängt. Das ist dann Do Pi. Do Pi hat einen angenehmen Geschmack und steht Do Fu in Bezug auf Nährwerte nicht nach. Es gibt zwei Sorten von Do Pi, nämlich Nasse und Getrocknete. Letztere sollte man vor dem Kochen in Wasser einweichen, denn so nimmt Do Pi besser Geschmack an. Man kann Do Pi braten, in Sojasauce schmoren und auch für Feuertopf verwenden. Untersuchungen zufolge sollen hier in Taiwan besonders langlebige Personen gerne Do Fu, Do Pi oder getrockneten Do Fu essen. Diese Sojabohnenprodukte sind leicht verdaulich sowie reich an Eiweiß und Lecithin. Sie haben also antioxidierende Wirkung und können den Alterungsprozess etwas verlangsamen. Beginnen wir mit einem Gericht, bei dem Do Pi halb gebraten, halb geschmort wird, nämlich mit Do Pi mit Basilikum und Knoblauchduft. Dazu benötigen Sie eine Packung Do Pi oder auch Do Fu in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Ein Schüsselchen Basilikumblätter kann man eventuell auch durch kleingehackte Füllingszwiebeln ersetzen. 3-5 Zehen Knoblauch kleingehackt 2 Esslöffel Sojasauce 1 Esslöffel Mieren Etwas Candiszucker Möglichst kleine Stücke, die sich leicht auflösen 2-3 Esslöffel Wasser Und eine Prise Salz Für dieses Gericht eignet sich eine gusseiserne Pfanne besonders gut. Hat man eine solche Pfanne, dann erhitzt man sie auf mittlerer Flamme und muss kein Öl zugeben. Bei einer anderen Pfanne müssen Sie zunächst etwas Öl erhitzen. Währenddessen Wasser, Sojasauce, Mieren und den Candiszucker miteinander vermischen. Wenn die Pfanne heiß ist, zunächst etwas vom Knoblauch hineingeben. Dann nacheinander die Do Pi-Scheiben hineingeben und von beiden Seiten goldgelb anbraten. Dabei werden die Do Pi-Scheiben etwas weicher. Nun die Flüssigkeit hineinschütten und den kleingehackten Knoblauch auf die Do Pi-Scheiben streuen. Wenn die Soße fast reduziert ist, streut man eine Prise Salz über die Do Pi-Scheiben und gibt die Basilikum-Blätter darauf. Nach etwa einer Minute kann man dann die Do Pi-Scheiben herausnehmen und servieren. Da dies ein recht stark gewürztes Gericht ist, sollte man ausreichend Reis dazu vorbereitet haben. Als nächstes machen wir Do Pi mit Sellerie gebraten. Hierzu benötigen Sie vier Stangen Sellerie. Sechs Blatt feuchten Do Pi. Etwas Ingwer in Streifen geschnitten. Eine rote Peperoni, entkernt und in feine Streifen geschnitten. Eine gute Prise Salz und je etwas Reiswein und Sesamöl. In die kalte Pfanne Öl geben und erhitzen. Darin die Do Pi-Scheiben auf beiden Seiten goldgelb anbraten. Dann herausnehmen und gegen die Fasern in etwa 1 cm dicke Streifen schneiden. Die Sellerie-Stangen schräg in ebenfalls etwa 1 cm dicke Stücke schneiden. Noch einmal Öl in der Pfanne erhitzen und darin die Ingwer-Scheiben duftend anbraten. Danach die Sellerie-Stücke dazugeben, mehrmals wenden und dann mit etwas Wasser aufgießen und den Deckel schließen. Wenn der Sellerie eine sehr schöne hellgrüne Farbe angenommen hat, die Do Pi-Streifen darunter mischen. Nun salzen und die Peperoni-Streifen dazugeben. Zum Schluss Reiswein und Sesamöl darüber träufeln. Alles noch einmal durchmischen und dann servieren. Außer mit Sellerie kann man Do Pi zum Beispiel auch mit Spargel oder mit Weißkohl braten. Als nächstes machen wir jedoch Do Pi mit Holsohrenpilzen gebraten. Dazu benötigen wir 80 Gramm frische oder eingeweichte Holsohrenpilze, ein Blatt Do Pi, eine halbe rote Peperoni, 50 Gramm Cornichons, 50 Gramm Pleutorus-Pilze, 30 Gramm Schinken, 5 Gramm Ingwer, als Gewürze, eine Drittelschale Suppenbrühe, einen halben Teelöffel Salz, einen Teelöffel Austernsoße, ein paar Tropfen Sesamöl, die Holsohrenpilze, Peperoni und Cornichons waschen und in Scheiben schneiden. Die Pleutorus-Pilze mit feuchtem Küchenkrepp abreiben und ebenfalls in Scheiben schneiden. Do Pi und Schinken in Stücke schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Den Wok und darin einen Esslöffel Öl erhitzen. Die Ingwerscheiben hineingeben und duftend anbraten. Alle anderen Zutaten und Gewürze bis auf das Sesamöl in den Wok geben, aufkochen und die Soße reduzieren lassen. Zum Schluss mit dem Sesamöl beträufeln und servieren. Zum Abschluss machen wir nun Do Pi mit Cha Cha Soße. Dazu benötigen Sie 200 Gramm Do Pi, 50 Gramm Cornichons, 10 Gramm Koriander oder eventuell Basilikum. Bei mir zu Hause wächst Basilikum auf dem Fenstersims wie wild, während Koriander leider nicht gedeiht. Deshalb ersetze ich Koriander oft durch Basilikum, obwohl ich Koriander liebe. Eine rote Peperoni, Eiswasser, als Gewürze einen Esslöffel Cha Cha Soße, einen halben Teelöffel Salz, einen Teelöffel Zucker, einen Teelöffel dunklen Essig, dieser kann durch Balsamico ersetzt werden, einen Teelöffel Sesamöl, je nach Geschmack Chili Soße. Alle Zutaten vorbereiten, den Koriander oder die Basilikumblätter nicht zu klein hacken. Die Peperoni waschen und in Ringe schneiden. Wer es nicht zu scharf will, kann sie halbieren, die Ringe herausnehmen und dann klein schneiden. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und die Dope-Stücke für eine Minute hineingeben, dann herausnehmen und ins Eiswasser legen. Die Kornichon in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. Diese halbieren und in feine Scheiben schneiden. Die Dope-Stücke aus dem Eiswasser nehmen, mit der Hand in kleine Stücke reißen und in eine Schüssel geben. Die Kornichon-Scheiben und Salz unter die Dope-Stücke mischen und 5 Minuten stehen lassen. Dabei tritt ziemlich viel Wasser aus, Sie werden erstaunt sein. In ein Sieb gießen und das Wasser gut ausdrücken. Die Zutaten für die Soße miteinander vermischen und zusammen mit dem Koriander und den Peperoni-Stücken darunter mischen. Dann ist das Gericht fertig zum Servieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, falls Sie kein Dope bekommen können, können Sie festeren Dofu nehmen und diesen dann je nach dem Rezept entsprechend zuschneiden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.